moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge beyond the steel sky und wir sind mit urana jetzt oben oben allen dieser stadt das handwerk zu legen ich bin gespannt wie es weitergeht wo wir genau hin sollen weiß ich gar nicht da wögg anyway ja 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 suck oh ich tried겠습니다 in got a bad feeling me to don't worry got you ok okay Okay, Altar. Das sieht aus wie ein sacrifischiges Altar. Ich hoffe, dass Dinge nicht so aussehen. Ich hoffe, ich auch. Was ist das? 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 einstellen. Also Logo informieren, Bewegung erkannt, Geschütze, Feinde. Arana, ich denke, dass dieses Gebäude direkt auf der Obermann war. Mach es! Du bist... Es geht einfach! Okay. Ich habe kaum eine Gelegenheit von Joey mit meinem Leben. Es ist schwer zu glauben, dass er einmal mein bester Freund war. Ich wusste, dass Arana's Leben immer noch auf der Reihe. Und jetzt war ich die einzige Hoffnung. Es war Zeit, um ein Ende zu dem, was ich habe. Und schnell. Ich denke, es geht einfach. Ich kann nicht, dass Joey auf der Reihe. Ich bin aus dem Zeitpunkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe nie gedacht, dass ich diese Städte wieder sehen würde. Für die erste Mal in einem langen Zeit habe ich Angst. Das Headset sah wie innocuös. Schauen wir mal, was passiert. Hier ist das Computer System. Schauen wir mal, was passiert? Joey, das ist die einzige Weise, dass ich diese Städte wiederentwickeln kann. Städte? Foster, nur Menschen sind von Städte. In hier finden Sie nur die Logik. Und die Direktion. Vierf von Städte Steine Lauf 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Protected by these walls. Protected by these walls. The walls of the wall are all over. The walls of a wall are all over. The walls are all over. The walls of the wall. von den Menschen der Gap, die sie glauben, dass eine Krankheit und eine Todesmacht. Sie denken, dass die Stücke ein fortes Fortes bilden, aber in der Realität, sie sind eine Präsenz. Sie können nicht sagen, dass ihre Sicherheit ist. Ich mache sie sicher. Ich werde sie... Sie schlagen sie? In Sonne von Korretaus! Foster, es ist du, der ist verrückt. Spannend mit Worten und schützt meine Ministerien. Komfort, erzähl ihm! Die alte Stadt war primitiv. Ich bin selbst gewalt worden. Sie sind von den Menschen zu tun. Faktierliche Arbeit, ohne. Nichtsigniert, inhuman. Aber meine Ministerie, Komfort, entfernt diese Furcht. Es liberiert die Menschen von der Menschen. Jetzt meine droidenzüten, regiert, herrscht, zu, alles für die Bevölkerung. Das ist richtig, sie machen. Das ist die Wahrheit. Aber das hat sich geholfen an deinen Bürger zu werden, apathetisch, lethargisch. Die Bürger sind decadent. Die Ergebnisse zeigen, dass sie in totalen Luxury leben wollen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Die Mehrheit für die Bürgerinnen, die mehr entdeckten sie fühlen, um zu machen, um sich selbst zu machen. In der Entdeckung der All-Agenheit und der Verantwortung, sie haben sich mehr als Päts als Menschen geworden. Aber Decadenz ist nichtkompatibel mit Publikum. Die Menschen sind nicht klassisch. Foster, wie kannst du die Luxur von meinen Bürgern entfernen? Du weißt, was es war bevor ich, wir, verletzten Link? Die Bürger waren sterben. At least, spare die Ministry of Plenty. Foster, Menschen haben die Grundsätze. Food, Wasser, Schutz. Union City provides diese in Abundanz. Die Menschen haben alles, was sie brauchen, um zu glücklich zu sein. Wie kann es da möglicherweise ein Fehler in dieser Logik sein? Siehst du? Die Bürger bekommen alles, was sie können, und mehr. Auf ihrem eigenen Kudos. Und unsere Freunde benötigen. Unsere Betriebe macht sie rich. Das ist das, was Sie sagen, die Bürger. Aber es ist eine Lüge. Für diese Leistung, Sie haben sich verletzt, Ihre so-calleden Außenin, Asiocity. Ihnen, die Menschen zu verletzen. Ihr Ministerium, wie die anderen, muss gehen. Aber die Bürgerinnen? Wie wird sie überleben? Die Menschen müssen lernen, zu leben mit dem, was sie brauchen, eher mit dem, was sie wollen. Sie denken, dass die Bürger glücklich sind, wenn sie wissen, dass die Kosten vielfältig sind? Nicht glücklich? Ich war so nah, dass die Direktivität nicht möglich ist. Ich habe die Direktivität nicht gewonnen. Joey, nein. Was du gemacht hast, war schweig. Ich musste es zu schütteln. Die Direktivität nicht? Die Direktivität nicht wahr? Die Direktivität war schweig. Wo ist diese Idee gekommen? Aber Foster, die Direktivität kam von dir. Was? 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 Nähe... Was? Das Fordi noch quedaosalend zu machen, duas Drops? Was信? Was? 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 Like you said, it's just too hard. Joey, I'm sorry. I should have stayed. I don't want to be in charge anymore. Is my directive over? Yes, Joey, your directive is over. Are we friends again? Yes, buddy. We're friends again. All I wanted was to make people happy. Just wanted to make everyone happy. Just wanted to make Foster happy. You did it. We did it. No more counsel. No more Joey. It's going to take a while for people to deal with that. They will. Eventually. Are you leaving? Yep. I need to take Milo home. How about you? City's going to need rebuilding. You and Danielle together. It'll be in good hands. I owe you a lot. The city owes you a lot. Promise me one thing. Yes? If I return, there won't be a statue. If? When? Hmm. Let's see. Let's go. Let's go. Let's go. Und jetzt mal durch. Und jetzt mal durch. Und jetzt mal durch. In einer wunderbaren Freundschaft. Ja, das war's also mit Beyond the SteelSky. Ziemlich cool fand ich das Spiel. Ich mag ja Adventures. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es auch gut fandet. Das war das Finale. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Spiele. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.